Wir begrüßen euch recht herzlich zu einem weiteren Video unserer kleinen Vorbereitungsserie für das Fasten-Retreat, was wir im November machen und zwar vom 11. bis zum 18. November. Und da haben wir uns jetzt einfach ein paar Themen überlegt, die mit dem Fasten zusammenhängen, um euch vorzubereiten und euch einzustimmen und ein paar Informationen zu liefern über das Fasten. Und heute geht es in diesem Video darum, warum es schön ist, in der Gruppe zu fasten, also mit mehreren. Ja, und es ist einfach in der Gruppe eine schöne Möglichkeit, dass man wirklich sich gegenseitig unterstützen kann. Es fallen allen diese Prozesse einfach viel leichter, man kommt da viel leichter rein. Und es ist einfach ein ganz angenehmes Gefühl im Vergleich dazu, wenn man das mal alleine durchziehen möchte. Ja, weil in der Gruppe kannst du dann auch sehen, ach so, ja, das und das hat auch der andere oder die andere. Und dann merkst du, okay, das ist was, ist normal, das gehört zu dem Fastenprozess dazu. Wir werden ja auch eine ganz sanfte Art und Weise machen, also viel Aufbau und auch Aufbautage. Aufbautage, genau. Und das ist einfach schön, auch jetzt sozusagen, es werden da Menschen sein, die schon viel Fastenerfahrung haben, mit Menschen, die gerade erst zum ersten Mal vielleicht fasten. Und da ist einfach so ein schöner Austausch möglich unter Gleichgesinnten. Wir sind dann alle auf derselben Ebene unterwegs und das macht es einfach leichter, in so einem Umfeld zu sein, wo halt alle gerade nichts essen. Das ist anders, als wenn du jetzt in deinem alltäglichen Umfeld fastest und da vielleicht arbeiten gehst oder irgendwie in einer WG lebst und alle essen weiter. Und das macht halt so einen großen Unterschied aus. Genau. Und gerade wenn du halt an Punkte kommst, wo du mal sagst, oh, jetzt geht es mir gerade nicht so gut, dann kann man die anderen mal fragen, hey, wie schaut es bei euch aus? Man sieht vielleicht, hey, anderen geht es da ähnlich. Genau. Einfach diese gegenseitige Unterstützung unter der Gruppe fällt es einem wirklich sehr leicht. Und gerade wenn du irgendwie starten möchtest mit dem Fasten, so ist es am Anfang jedem zu empfehlen, das irgendwie gemeinsam zu machen, beziehungsweise unter Begleitung. Würde ich sowieso jedem raten, der das das erste Mal macht, sich wirklich irgendwie Unterstützung zu suchen. Selbst wenn man das mal daheim macht, dass man dann wirklich jemanden hat, der einen da begleitet, mit dem man irgendwie schreiben kann oder mit dem man mal quatschen kann, ob das so normal ist und genau, wann man dann auch wirklich abbricht zum Beispiel im Fasten. Ja, und auch so, es gibt ja viele körperliche Symptome oder Prozesse, die dann in Gang gesetzt werden, die Reinigung, die da stattfindet. Aber es gibt halt auch viele emotionale Prozesse, die dann rauskommen. Und es ist schön, da auch sich gegenseitig da drin zu unterstützen. Ja, dass wenn da vielleicht alte Traurigkeiten, also alles, was quasi aus den Zellen ausgeschwemmt wird, da sind auch alte Erinnerungen drin gespeichert, wenn das halt freigesetzt wird. Und ja, in so einer Gruppe kann es einfach viel besser aufgefangen werden. Und du kannst durch diese Themen durchgehen und sie dann halt auch wirklich gehen lassen. Ich glaube, das war es zu dem Punkt, ne? Auf jeden Fall, ja. Das war so das größte und wichtigste, wenn man mal starten will und wie das eben, was die Vorteile von einer gemeinsamen Fastengruppe sind. Genau. Ansonsten macht's gut. Ne, warte, klickt euch noch durch die anderen Videos, die Serie, die packen wir so in so eine Playlist rein. Und wie gesagt, also das Retreat vom 11. bis zum 18. November. Alle anmeldeten Formalitäten findest du unten in der Infobox. Und wir freuen uns auf jeden Fall auf eine schöne gemeinsame Gruppe, wieder in einem ganz tollen Ferienhaus. Und ja, diesmal sehr zentral in Deutschland, sodass der Anfahrtsweg von überall her nicht zu lang ist. Genau. Ja. Ansonsten bis dann. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Ciao.